Jetzt haben wir keinen Random mehr, dem wir die Schuld geben können. Doch! Was bin denn? Die Gegner. Das sind alle, alle random. Ach, mir kann man auch immer Schuld geben. Ja stimmt, du warst immer am Gegner-Team. Was? Sowas würde ich niemals machen. Nein. Nein, wie kommst du denn da drauf? Nein, wir geben Seri die Schuld. Seri ist immer Schuld. Weil Seri sagt, du bist nicht sexy. Was? Frag mal, frag mal Seri. Marie, muss man Seri fragen? Ob sie dich sexy findet? Überleg mal, das geht wirklich. Du machst dein iPhone-Handy an, Seri haut erstmal aus. Wie soll ich sie ab sofort nennen? Sexy. Okay, sexy. Jetzt gibt's ja auch noch Alexa. Oh nein. Sexy-Skiller 3000 HD. Ich nenne sie ab sofort Taxi. Ich musste mal das Unboxing von Gronk angucken mit dem Amazon Echo. Ich hab mich weggeschmissen. Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich noch mal machen. Nicht nur du hast dich weggeschmissen. Nicht nur du. Wieso ist es nicht weg? Oh, da war was. Oh oh. Oh, daraus steht ein Rüppchen. Ich lasse meine Glocken rein. Ich glaub, da steht ein Böschen oben. Ich glaub, da ist ein Road Dog vor uns. Ja, aber ich will da nicht schlappen. Die haben so. Okay. Macht Schild, ich hau raus. Ja, dann hau mal raus. Wie kann ich diese Dicken nicht treffen, was ist das? Scheiß, Olriza, down. Ich jag grad noch. Ach, ey, du hast mir die Mörder nicht laut. Wo laufen wir eigentlich lang? Gute Frage, ne? Wir laufen, wir laufen. Ihr solltet mal die Frage stellen. Ja, alle laufen nach vorne. Alle laufen vor, die Frage steht hin. Ja, ich hab mich schon grad gefragt. Moment mal, irgendwas läuft hier falsch. Du darfst nicht mehr Punkt einnehmen. Haben wir überhaupt Teiler? Ja. Gut. Ach so. Okay, dann. Aber, naja. Ich hab auch voll Schaden passiert. Komm, geschätzt es wieder, down. Kein geschätzt, neutralisiert. Liegt mein Engel. Schleim in die Rübe. Können die mal von unserer Fracht runtergehen? Das ist schlecht, ich glaub, Sauger. Der schiebt den Dreck immer nur rum. Und bei zwei Katzen und einem Hund ist das schon echt beschissen. Das ist jetzt echt grad scheiße hier. Pass auf, pass auf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass ich hier bin. Nein. Oh Gott. Deswegen hab ich den dann drauf stehen. Ich steck dir grad zwischen den Wagen und den Brunnen fest. Ja, mach sie fertig. Gib sie ihm. Aua, Aua, Aua. Chug mit Eier. Chug mit Eier? Was? Der hat keine Eier. Die hat er sich schon in die Luft gesprengt. Irgendwo ist ein... Danke. Helden sterben nicht, aber alles hat seinen Preis. 4,20 Euro. Ja, ist teurer geworden. Nass! Wie kann der Soldier den Junkrat vorher töten, bevor der Junkrat mich tötet? Indem ich meine rechte Maustaste mache ne Woche. Ne Woche. Waaah? Nein, Marie, nein. Böse. Wo sind die Gegner? Ach, egal. Dreifach Tötung. Vierfach Tötung. Na, verdammt. Ich bin Highlight. Noch, haben wir nicht gewonnen. Du bist das Highlight. Ach, nein. Immer wieder. Ich hätte Highlight organisiert. Ich hätte, wir sind doch gerade am Gewinnen. Ja, wir sind doch so gut. Danke, Dawn. Kann er denn nicht mal sterben? Neu Trap. Dann resten. Hilfe! Hilfe! Weißt du denn Hilfe? Ich bin doch schon nahe. Zeig, was hat der Ruf ab? Was? Trommelfeuer? Ach, komm! Dein Ernst? Hilfe! Hilfe! Jawoll, ich habe Mercy wenigstens angehittet. Oh, wow, ich hätte die Mercy beinahe noch gekriegt. Irgendwo ist ein Reifen, irgendwo ist ein Reifen, irgendwo ist ein Reifen, irgendwo ist ein Reifen. Hab ihn. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh nein. Oh nein. Wo ist der Heiler? Keine Ahnung. Ach so, Anna, Fertz. Ich wollte jetzt nicht aufzeichnend sein in der Hinsicht gerade. Ich bin tot. Das ist echt ärgerlich. Ich habe nur noch 8 Life. Ich muss das machen. Warum hast du rausgefunden? Danke. Ja, ich war tot, sorry. Ja, ich habe so lange ausgehalten, bis du wiederkommst. Finde ich sehr nett. Das ist ein Reifen, das ist ein Reifen. Nein, das ist auch viel Geld für den Staub. Ich... Äh, Hilfe, hier ist ein Reifen da uns. Ah, ich kriege die Mercy nicht. Wow, was? Ja, hier ist ein Reifen da uns. Ja, ich habe es gerade merkt. Seht ihr was los? Wer will uns weglucken? Lass ihn mal. Das ist ein Reifen, das ist ein Reifen. Ich bin der bessere Reifen. CONGREATS! Nein. Du hast ja auch eine Mercy am Arsch. Ja, Seedy. Ich weiß nicht, was mit Seedy los ist. Der steht da so. Ich glaube, der ist depressiv. Jawohl! Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn getötet. Der hat mich aber dafür weggelockt. Ja, er hat das Leben in Dammort oder was? Du kriegst mir nichts. Ich bin zu schnell für dich. Wer ist das F***? Och, nö. Eriza Auer rechts. Ja! Marie, never die. Hint uns! Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich wusste, dass der Reifen zu mir kommt. Oh. Sind da Gegner vor uns? Nee, da sind keine Gegner. Na, verdammt. Ey, wenn die Möste im Jahr, das ist ich, ne? Oh, ja. Es ist irgendwie immer in der Erde. Ich bin der Herr-Marie, die haben dich nicht mal mehr gemeldet. Es ist einfach zurückgeschickt und ihr das Geld restlos erstattet. Wow. Ich könnte im Moment gerade einfach nur Pots nehmen, der Post. Ich stecke die Post und lasse das halt so auf. Mich auch. Mein Spiel ist nämlich auch noch nicht angekommen. Und es ist eigentlich schon am Freitag eigentlich geliefert worden. Ja, natürlich. Ich kann komischerweise in letzter Zeit ständig, dass irgendwas geliefert wurde. Und dann wurde es nicht geliefert. Ja. Es ist... Ich verstehe es nicht. Und das Spiel kann man im Briefkasten schmeißen. Das ist... Noch nicht mal eine Nachricht, dass das woanders ist oder so. Gar nichts. Ab welcher... Ab wie viel... Ab wie alt musst du, ähm... Das Spiel... Kingdom Hearts. Ja, okay. Das sagt schon alles, ne? Ja, aber normalerweise gibt es das nicht. Es gibt ja meistens schon so eine Alterskontrolle. Ja. Aber dann ist trotzdem eine Nachricht, dass ich es abholen muss oder so. Alter, was? Der rastet aus! Warum? Ach komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Danke, Dawn. Mir stirbt keiner weg! Alter, was geht denn da ab, Mann? Die rasten komplett aus. Und jetzt Zeit, dass wir ausrasten. Wir könnten einen zweiten Tank gebrauchen oder so. Warte, 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 komm nach vorne und ich zieh von unten meine Schulterkür. Naja, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Warte, ich kann nicht mehr powern. Ein und eine halbe Stunde noch. Hilfe! Hey, 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 eine Minute. Ganz ruhig, ne, 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 da steht ein Wisch. Hilfe! Ich hab auch recht in meine Schulterkürt. Ich war dich am heilen. Wie hat... Wie kam die denn da durch? Nein, was soll der Kack? Oh, jetzt reicht's! Nein! Ey, wie hat der mich... Ey, jetzt reicht's hart ab. Ich komm jetzt mal zu, Jack, um der Ecke. Kann man nicht von der anderen Seite oder eben zu? Die Frachtborde aufgehaktet. Nein. Nein. Ja, anders. Ich bin halt einfach nur, weiß ich nicht. Ich kann für was Gutes tun und dann gibt es nur so'n, so'n Ärger. Das fühl ich mich selber dann auch immer verantworten. Bäschen da unten, bäschen da unten. Ja. Ist er. Alter, will die uns verarschen? Endlich. Ja. So, die Mercy kann auf gar keinen Fall mehr Gehalt haben als ich. Wenn doch dann... Ja, genau. Dann schlack ich mich selber. Highlight, Highlight. Komm, komm. Highlight, Highlight, Highlight. Was? CCM, Mann! Ich hab's mit vierfachen. Nice. Okay, das war... Ich hab meinen großen Hammer. Einmal nur mit dem Hammer die ganze Zeit, ja? Und? Ja, hat nen großen Hammer, ne? Jetzt finde ich gar nicht, aber... Ja, die Lust, die war. Mhm. Oh, muss es ausstehen! Reinhard macht den meisten Damage unter dem Temp. Mhm. Sauber Arbeit. Aber man muss nur an die Gegner rankommen. Warum kriegt der gegnerische Soldier episch? Was ist das denn für'n Lappen? Wer hat... Was hat der gemacht? Ich dachte alles... Ich dachte alles auf den Highlight, ne? Zwei gehen auf den... Zwei gehen auf den Reinhard, einer geht auf den Soldier, sechs gehen auf den Soldier... Oh, Lootbox. Okay. Tschüss. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Ist jetzt auch mal was Geiles hier dabei? Hahaha. Ah. Hm, zwei blaue Sachen. Wow. Aber mit Reinhard eskaliere ich auch gerne, das macht doch Spaß. Ich vergesse noch mal, das ist mein Schirm aufzunehmen. Na gut, das ist ganz süß. Wenn man schon die halbe Nacht Fressanfälle kriegt... Mhm. Wenn man die Nacht erst durchfährt und dann nochmal so drei Pizzastücke hüpfst, oder so. Und die sind nicht gerade klein. Schon nicht im Sinne der Anklage, ne? Ja. Hm, wen nehme ich denn diesmal... Ach komm. Ich teste mal Mei aus. Ah, bist du ekelhaft. Was? Vielleicht sind wir auch wieder alle eingesperrt. Hahaha. Bei mir noch nicht. Nein. Überhaupt nicht. Ja, mein Zwerg ist... Ich finde den Knopf bestimmt nicht so schnell. Hahaha. Ich spiel... Ich spiel ja mit... Controller. Ach, ich bin... Ich bin Consolero, ich kann nicht mit Maus und Tastatur. Was ruht mich an? Mit Controller am PC? Könnte ich gar nicht. Nein. Ja, weil du es gewohnt bist. Hahaha. Ich spiele Destiny seit fast drei Jahren mit Controller und bin ich gewohnt halt. Leute. Ja, ich habe aber auch eine PS von neben mir stehen, da habe ich auch eine Overwatch drauf. Ja, ich habe es zweimal. Genauso wie Skyrim und... Äh... Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Genau, Rainbow Six Siege habe ich auch zweimal. Ja... Ja, Ausbildung regelt, ne? Bei Rainbow bin ich mehr tot als die Benni. Hahaha. Ja, kenne ich. Danke für deinen Fall, wo du kommst. Ey, wer steht denn oben auf meinen Scharfschützerpuff? Steh mal weg hier. Ach, ist er mal wie? Ach, falscher Knopf. Nein. Na komm, zeigt euch. Deckt mir euer Gesicht. Okay, da kommt schon mal was. Ich habe eine Rüder. Ich habe eine Rüder. Ich habe eine Rüder. Bitte keine Rüder. Bitte keine Rüder. Ich sehe das Schild schon da vorne. Nee, ich kann dich nicht heilen. Es steht mit Schild auf dem Weg. Hilfe! Treppf! Hin! Komm, hinterher! Ah! Du ist schuldig! AAH!! Wenigstens die wollte ich noch töten. Ey, die B.A. ist auf dem Spot. Das hätte besser laufen können. Komm jetzt. Hapse! Wunderbar. ich habe es ich habe sie ja getötet du lässt dein team im stich warum sind hier so viele bei uns hat auch einer gelieft was mache ich da ach komm ich wollte dich gerade heilen der heil war schon durch ja ernst mann ja ja plötzlich wo ich stehe hinter dem war der zuletzt seine ult oder wem ist die brustgelöse der stadt zu dem zeichnen aber ich krieg die soldier kühle ab das klauen wir drin lol ich als einziger was da los ich weiß dass ich was machen musste oh ich habe eine goldene wow das schnellste runde ever Ja, das war wirklich schnell. Hallo, Branko. Oh, nee, Angriff war noch gegen die gleichen. Das wird lästig. Das ist ja noch Bartelspieler. Moment, die drängen uns wieder bis zum Fahrzeug hier zurück. Wir kommen da nicht rein. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Was los? Willst du Ferra haben? Nö. Alles gut. Ich habe aber gedacht, dass du mir per WhatsApp-Bescheid sagst. La Pussy's... Wie heißt der? La Pussy's... La Lut, schau zu. Ja, das ist dumme. Heute ist ein guter Tag. Kommt auf, zu stimmen. Der Bocco-Fußball? Ja, dumme, ich wollte jetzt eh nur noch ein Spiel machen. Da das jetzt so kurz gewesen ist, das ist ja jetzt nur noch das eine Spiel. Bilder nach Schluss machen. Ah. Du machst Schluss mit uns? Hattest du nicht schon bei mich geaddet? Ja, ich mache Schluss mit euch. Manni macht Schluss mit uns. Gott. Was? So eine Frechheit. Ja, dann nimmt man 23 Uhr und dann macht Marie schon Schluss mit uns. Ey, unglaublich. Aber dann kann ich essen gehen und ich muss noch duschen. Es ist Zeit zu antworten. Ohi, Marie hat bestimmt Essen bestellt, deswegen macht sie so zeitig Schluss. Ja, das wird sein. 5, 4, 3, 2, 1, Anker beginnt. Juhu. Na jetzt greifen wir wenigstens an. Ja, aber ich habe Angst, dass wir auch überrannt werden. Ne, diesmal habe ich Junkrat. Irgendwie brauche ich jetzt Heilung. Oh Gott, da steht ein Geschütz. Ja, der Random Cloud mit den Hehl, alles klar. Well. Heilung? Wo? Da haben wir Kämel. Was? Ja. Wir haben keinen Heiler. Oh, da ist uns die Maitre an. Vorsicht. Okay, dann... Wir haben keinen Heiler, das muss sich ändern. Dann kann ich ja mal Mercy spielen, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut bin. Wie ging das nochmal? Au. I'm coming. Oh, Soldier Q, mag ich nicht. Oh, was? Was war das denn? Was hat mich da gekillt? Ich habe keine Sorge, das mache ich mit zwei Fingern. Geschütz ist down. Meinling ist geschützt, zerstört. Ah, lad halt ewig, na? Oh, haltet aus, haltet aus. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, das Geschütz steht noch nicht mal richtig und ich bin tot. Was ist das denn, ey? Ich pette dich mit. Ich habe meine Liebe. Ich habe mir die Hilfe. Oh, meine Mutter. Vorsicht, ich habe dich, ich heile dich. So, und jetzt mach Damage, komm. Ich habe meine Q noch nicht. Ah, ich darf nicht so weit rein. Sorry. Wie kriegt ihr mich denn da? Unglaublich, Alter. Hilfe! Hilfe! Ah, ich wusste auch jetzt gerade nicht, wie man die Waffe wechselt. Fertig, braus! Die Waffe hat auch vielleicht noch fertig, braus! Nee. Das Geschütz, ich sehe es nicht. Ich sehe überall wieder kritisch. Ich komme. Sterbt nicht. Please, don't die. Hilfe, hinter mir! Okay, der Schütz ist da hinten irgendwo. Ich höre dich in die Sie. Ach, verdammt! Oh Gott. Ey, da kommt was! Ja, nee. Das ist klar, Alter. Au! Gegnerischer Teleporter ausgespüren! Gegnerisches Geschütz! Okay. Er ist tot. Ich päpfe dich weg. Gegnerisches Geschütz zerstört! Wo ist dieser Teleporter? Ich werde von hinten ange... Ach, scheiße, das sind immer Laser! Mach die mal bitte weg! Meine Güte, ey. Und warum er mit Widow da oben rumsteht, wirst du auch nicht, ne? Kannst noch gern was von meinem Gecrillten abhaben. Ich kann nicht reinkommen und heilen, wenn da so vieles von Symmetras Scheiße da ist. Nein, ich habe die Kraft weggemacht. Okay. Dafür hast du mich auch getötet jetzt. Oh, scheiße. Scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, wo seid ihr denn? Er ist schon im Anmarsch. Weil ich weiß nicht, wo jemand ist. Oh Gott, Geschütz. Oh. Ich bin zu down, aber ich bin okay down. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, habt wieder volle Clemen. Gut. Ich werde irgendwie... Ich werde von hinten angegriffen. Alles klar, Alter. Gut gemacht. Oh Mann, warum hat er denn jetzt genau so? Oh komm, 2%. Oh nein. Ich hatte keine andere Wahl. Na, Frau, meine, meine Q-Leute. Ist ja nicht so, dass die Widow sich mitnehmen kann, Frau. Ey, der bleibt die ganze Zeit hinten stehen und ballert die Leute ab oder versucht es. Macht voll viel Sinn. Hm. Die hat auch da Dinger hingeklatscht. Ich mache jetzt Schluss, Kenny. Der kriegt von mir nicht einen Punkt, da. Nachher hätte ich lieber Marie, ey. Ich mache sie gleich aus. Das ist der Links-Klick-You. Oh ja, ich kann doch die Türklingel verwenden. Oh, das ist schon abgeschlossen. Oh ja. Ich denke, ich werde das. Ich denke, ich werde das. Ich denke, ich werde das. Vielen Dank.